Jo du, jetzt warten wir Sehnsüchtige auf Kundschaft, ne? Mein Name ist Frank Zwicker, ich bin bei der Firma Wirt in der Niederlassung Cottbus tätig und das schon seit 1997. Hi, ich bin Martin und ich bin jetzt schon das zwölfte Jahr bei Wirt. Hab vorher als Straßen- und Tiefbauer gearbeitet, quasi Bewerbung geschrieben als Quellensteiger und ja. Herzlich willkommen bei Martin, grüßt euch. Ja, also ich bin der Michael Bartram, bin 32 Jahre jung, komme aus den schönen Cottbus, komme jetzt in mein fünftes Arbeitsjahr und habe echt mega Spaß. Moin Renny! Hallo! Hallo! Was machen wir heute hier? Komm hier, der alte Mann! Kann man sich das Fitnessstudio sparen hier? Hörst du es doch langsam auf hier? Ne. Ist die ganze Wand da noch? Ja. Ja. Wie Gott zum Roller Dienstag. Hätte ich gerne in Zukunft frei. Wie lange brauchst du das für? 20 Minuten. Kein Ding. Zack, zack. Das ist das Verkaufsinstrument bei uns. Man ist wirklich direkt da nochmal beim Kunden dran. Ist die App drauf, nennt sich 1plus. Inventuren kann ich drauf machen. Preisgestaltung kann ich auch auf dem Gerät machen. In Teams ist drauf. E-Mail ist auch alles mit drauf. Die Ansprechpartner von Kunden drauf. Einkäufe drauf. Geburtsdatum drauf. Firmenjubiläum. Der letzte Kundenbesuch ist mit drauf. Schuhgröße könnte ich auch rauskriegen. Ist kein Problem. Michael? Ja? Kann dein Messerklingen manchmal in der Aktion? Wie bitte? Sind die vielleicht in der Aktion? Wenn nicht, machen wir eine. Weil so viele ist nicht normal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Pakete von den 150 Klingen. Dann musst du mal welche verkaufen. Das glaube ich nicht. Du bist so lustig. Du bist so lustig. Tut mir leid. Was ist das eigentlich für ein Wagen? Was hast du hier gepackt? Sieht aus wie Sau. Wo soll ich das alles hinpacken? Wir sehen das alles locker. Wie gesagt, wir sind ein Team. Wir verstehen uns richtig gut hier. Also ich würde auch nicht tauschen wollen. Ganz ehrlich. Hallo, ich bin der Michael Schartel. Mahlzeit von der Firma HBV Concept hier in Cottbus. Wir haben hier eine Industrieanlage mit 76.000 Quadratmetern und eine PV-Anlage auf dem dazugehörigen Dach mit 5 Megawatt. Bei der Firma WIRT haben wir ein paar Vorteile. Einmal eine Filiale vor Ort, hier die Niederlassung. Also wenn ich was brauche, ist das ein Anruf, dann ist das eine Sache von einer halben Stunde, wo man es dann hier in der Filiale abholen kann und passt das. Zwicky, alles gut? Selbstverständlich. Martin. Michael, ich bin gleich bei dir. Kann ich hier schnell was? Mach eine Ruhe, mach eine Ruhe. Ich gehe schon mal plündern. Martin. Hier. Martin. Martin Tellerköppel. Ja. In 8 Holzgewinne und Edelstahl. Edelstahl haben wir sogar gerade was da. Eine Packung. 8 mal 100. Perfekt. Alles Edelstahl. Tja, tja. Alles für den Außenbereich. Was machst du damit? Willst du schon mal raus schaffen? Können wir draußen noch schön innen rauchen. Oh ja. Wann willst du Pause machen eigentlich? Okay. Ist schon Mittagspause? Habe ich schon verdient? Nee. Oder? Zeig dir nochmal. Wannity ist ganz well. Was ist mir heute gut? Tschüss. ithale.